Erleben Sie heute aus der Crystal Cathedral die Hour of Power mit inspirierenden Interviews und großartiger Musik. Hören Sie eine aufbauende Predigt von Bobby Schuller mit dem Titel Glück inmitten des Leids. Wenn Sie heute Ermutigung brauchen, haben Sie die richtige Sendung eingeschaltet. Bleiben Sie dran für die beste Stunde im Fernsehen. Die Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Die Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Die Hour of Power aus der Crystal Cathedral.